Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, es ist mittlerweile Teil 21 und nachdem wir letzte Woche so viel gebaut haben, bauen wir diese Woche noch viel mehr. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, es hat sich etwas verändert in der Woche und zwar liegt es daran, dass ich die Mauern hier alle jetzt offscreen mal etwas verbessert habe. Einfach nur deshalb, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das Ganze aufnehmen würde, das wäre viel zu langweilig für euch. Ich musste letzte Woche schon die Mauer zweimal neu bauen und das wäre einfach nicht cool gewesen. Aber wir haben trotzdem immer noch genug zu tun, wir müssen die Tür hier fixen, damit sie nicht immer umkippt. Und genauso will ich hier hinten nochmal neu bauen, habe ich ja im letzten Video auch angesprochen. Außerdem sieht das Ganze jetzt hier etwas, naja, etwas kahl aus, dadurch, dass ich das alles nochmal abreißen musste, um die Mauer hier etwas dicker zu machen und detaillierter zu machen. Das machen wir heute alles, also würde ich sagen, hol euch was Schönes zu trinken, hol euch was Schönes zu essen und ich stelle jetzt die Kamera auf. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 was verbessert. Die Mauern haben wir höher gebaut, die Tür fertiggestellt. Das sieht jetzt alles wirklich schon ziemlich gut aus. Also wir nähern uns dem Ende. Nicht mehr viele Teile sind übrig. Also wenn ihr nicht das Finale verpassen wollt, dann abonniert jetzt am besten gleich den Kanal, damit ihr keine weiteren Teile und auch nicht das große Finale dann verpasst. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen müssen, aber wir haben heute so viel gebaut. Ich denke mal, das reicht auf jeden Fall. Und ja, damit war es das für dieses Video. Ich würde mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und sage Ciao!